Mit dem Polo 6,1, mit der Kettbewerke der Kettbewerke der Kettbewerke der Kettbewerke, die er hier verbaut hat. Neska mit dem BNB 360 i137-193, seine Zeit. Neska mit dem BN panel landschre fedelt. Das war's. So, das war die Zieldurchfahrt für Daniel Rufle, der Bad Beckinger. In einer Zeit von 1.38.57 kann er hier den Foto über die Wiese zeugnen.